Ein grausiger Fund. Aus den dunklen Gewässern der Seine wird die Leiche eines Kindes geborgen. Für die Polizei steht sofort fest, die Mutter des Babys ist schuldig. Und sie muss zum Tode verurteilt werden. Und von Berthaud wird ihr Pflichtverteidiger. Bei seinen Nachforschungen stößt er auf seltsame Ungereimtheiten. Außerdem verschwinden mehrere Zeugen und Beweise. Berthaud, dieser Fall. Es gibt Dinge, die nicht so sind, wie sie scheinen. Was soll das heißen? Ich kann Ihnen nicht mehr sagen. Es interessieren sich noch mehr für diesen Fall. Passen Sie auf sich auf. Die Zeiten ändern sich. Untertitelung des ZDF, 2020